hallo und herzlich willkommen hier bei the knife pub und heute mal mit einem sehr ungewöhnlichen unboxing für euch wenn der ein oder andere jetzt über dieses video auf den kanal gestoßen ist lasst mich das gerne mal in den kommentaren wissen würde mich wirklich interessieren weil das eigentlich nicht die art content ist die hier üblich ist normalerweise geht es hier ja um schneitgeräte jeglicher art und weise hauptsächlich um messer sagen wir es mal wie es ist das hier ist nicht der scherenpapp aber heute soll es mal um was anderes gehen wir packen ein armband aus das mir geschenkt wurde an dieser stelle viele grüße und herzlichen dank und zwar ein armband das hier aus köln stammt das wird hier in deutschland produziert wir reden über ein armband von fischers fritze und auch wenn der name was anderes vermuten lässt wird das ding nicht hoch oben im norden gefertigt sondern tatsächlich hier in köln in der werkstatt ich schaue mal ganz kurz ob hier noch ein zettel dabei ist der meine adresse verrät das sieht aber ganz gut aus so kommt das ganze finde ich schon mal sehr sehr schön hier wurde wert auf details gelegt sowas mag ich immer sehr sehr gern hier seht ihr gleich noch mal die extra box in der das armband dann versteckt ist und wir haben hier noch mal einen schönen katalog ich denke der geht hier noch mal sehr gut und ausführlich auf die einzelnen modelle ein die es hier gibt und ja ich möchte euch jetzt einmal ganz kurz das flemming unboxen flemming ist eine ja ein armband aus der ich glaube wie heißt es so schön aus der makrelen aus dem makrelen sortiment wenn ich das richtig verstanden habe das ist eins der stärkeren bänder es wird glaube ich sogar für herren beworben bin ich mir aber gerade gar nicht so sicher in meinen augen ist das alles unisex aber das ist geschmackssache jedenfalls gucken wir uns das jetzt mal an diese kleine box auch noch mal sehr niedlich wie ich finde schlicht und schön so soll es sein und dann wollen wir doch mal gucken man kann das einfach so aufschieben wie das ding aussieht dass ihr zum vorschein kommt hier ist er schon der flemming bevor ich darauf eingehe schauen wir natürlich auch hier noch mal ganz kurz in die box rein was hier noch so drin ist ich glaube ja genau hier da gibt es die makrele heißt das ganze es gibt marketen makrele krabbe und garnele sind glaube ich die verschiedenen modellreihen und hier wird noch mal genau erklärt was es hier mit auf sich hat es geht hier nämlich um segeltau armbänder die dann mit einem magnetverschluss zusammengehalten werden was das ganze definitiv spannend macht für mich ist dass das wasserfest ist also wirklich unempfindliches material segeltau selbstverständlich ich denke das sagt der name schon und auch ja diese metall verschlüsse die hier auch wirklich sehr sehr schön gedreht wurden wir haben hier so einen kleinen schönen angelhaken als logo noch mal drauf und ja man sieht natürlich hier die naht also es ist jetzt auch schwierig behaupte ich mal das so zu drehen dass es noch schwerer sichtbar wird aber ihr seht auch hier schon in der kamera das ganze ist ziemlich unauffällig gedreht worden gefällt mir ganz enorm gut für die die das erste mal hier sind ja grün und gold das ist einfach so eine sache bei mir das mag ich sehr gerne aber wir gucken uns jetzt hier mal ganz kurz diesen magnetverschluss zusammen an so sieht das ganze aus ist dann auch ziemlich stark der flemming ist hier wirklich wie gesagt 8 mm starkes segeltau in olivgrün und das hier ist so auf gold gemacht also messing würde ich mal behaupten der verschluss wieder diese kombi die ich halt so gerne mag und hier innen drin das ist auch noch mal in meinen augen ein sehr schönes detail seht ihr noch so eine schöne kleine kompassrose die sieht man ja natürlich dann im normalfall nicht wenn man das ganze trägt aber man weiß dass sie da ist und ich weiß solche kleinigkeiten auf jeden fall zu schätzen jetzt davon abgesehen dass das natürlich schnell an und auszuziehen ist mit dem magneten gibt es einen massiven vorteil nämlich auch ungeschickte menschen müssen hier nicht hier groß irgendwelche kleinen verschlüsse fummeln sondern einfach das ganze hier ihr seht schon nur in die nähe voneinander bringen und dann ja sollte es verschließen aber so kann es natürlich gehen ich bin es jetzt natürlich auch noch nicht gewohnt so dann verschließt das ganze und das war es schon bei mir seht ihr hier im durchmesser die größte größe aktuell ich trage auch meine uhren oft sehr spitz auf knopf dementsprechend war ich mir ziemlich sicher dass ich hier auch die größte größe brauchen werde ihr seht das schon das ist relativ locker aber das gefällt mir persönlich immer ein bisschen besser als wenn es dann irgendwann doch zu eng wird ja und so sieht das ganze dann am handgelenk aus ich werde vermutlich das ganze andersrum tragen ich mag dass sein logo schön sichtbar ist aber wie ihr euch denken können spielt das absolut überhaupt keine rolle das ist auf jeden fall ja im grunde jetzt auch ein teil von meinem edc also von meinem everyday carry weil ich vorhabe dieses armband täglich zu tragen und einfach mal schauen wie lange sich das so hält und wie lange das auch wirklich so hübsch aussieht aktuell mache ich mir da überhaupt keine sorgen bei diesen robusten materialien aber man weiß ja nie und deshalb wollte ich euch den kleinen hier von fischers fritzer auf jeden fall mal ganz kurz vorstellen ich freue mich wenn der ein oder andere jetzt über den kanal gestolpert ist der normalerweise mit taschenmessern überhaupt nichts zu tun hat schaut gerne mal rum es gibt auch ein paar videos zu schreibutensilien oder halt ab und zu mal irgendwas was raus sticht so wie beispielsweise dieses kleine schöne armband und ansonsten danke ich euch natürlich die immer mit dabei seid auch wie immer dass ihr eingeschaltet bei der knifepop und ich wünsche euch allen noch einen schönen tag ciao